Hallo, schönen guten Abend. Ich habe hier mehrere Gewürzmühlen, drei Stück. Also man kann sie für Salz und Pfeffer und Paprika nehmen oder eben auch für andere Gewürze. Einer für Grillgewürze, andere für Salz und Pfeffer, wie auch immer. Salz und Pfeffer ist immer so das Klassische, was immer zuerst mit auf den Tisch kommt und deswegen nenne ich das so. Aber im Grunde genommen kann man auch das weglassen. Ich habe zum Beispiel auch schon eine Gewürzmühle mit Salz. Mit verschiedenen Salzarten und Salzfarben und dann habe ich da Kräuter mit zwischengeschüttet. Und jetzt habe ich mein eigenes Kräutersalz. Das ist auch so eine Idee. Und das kann man in so einem schönen großen Körper noch viel besser verwirklichen. Ich finde das richtig genial, wie viel Fassungsvermögen das hat. Ich müsste direkt mal suchen bei dem Händler in der Seite, was der dazu sagt, wie viele Gramm dort reinpassen. Moment, da bin ich schon und er hat erstmal gar nichts dazu gesagt. Dann schätze ich eben, dass da 200 Gramm etwa rein könnten. Ja, würde ich so vermuten. Wie auch immer, es ist sehr hübsch, weil im Glaskörper sieht man natürlich auch, was dort drin ist, was dort eingefüllt wurde. Und dann kann man ja hier im Malwerk auch einstellen, die Stärke, in welcher Stärke das gemahlen werden soll. Ja, kann man dann drehen. Weiter runter wird es feiner und wenn man es weiter rausdreht, wird es grober. Das kommt auch immer darauf an, was man malen will. Bei Pfeffer macht es sich gut, wenn es ein bisschen grober ist, dass man die verschiedenen Pfefferfarben, es gibt ja weißen und roten Pfeffer, es gibt schwarzen Pfeffer, grünen Pfeffer, dass man das alles so ein bisschen grober hat und dann sieht das richtig schick aus beim Streuen. Überhaupt auf dem Tisch macht das einen ganz, ganz tollen Eindruck, wenn man solche Körper dort zu stehen hat. Und ich finde das sehr, sehr schön und empfehle das auch sehr gerne weiter. Ich habe ja meine drei schon sicher. Also wenn ihr jetzt zuschlagt und da kauft, kauft mir keiner mehr was weg. Nein, war ein Spaß gewesen. Okay, gut. Aber wie gesagt, das sind so tolle Ideen, was man hier alles einfüllen kann. Und durch diese Körper kann man das so toll sehen. Das sieht richtig schick aus. Also ich liebe sowas total. Ich mische gerne Gewürze, auch so für die Grill-Saison. Da gibt es auch verschiedene Sachen, die man dann mischen kann. Da gibt es eine ganze Menge Ideen. Und ich kann es einfach nur empfehlen. Oder Salz. Dieses französische Rosasalz, gemischt mit den afrikanischen Salzperlen. Und dann das klassische grobe Salz, das wärm-das-Meersalz. Ja, da gibt es ganz tolle. Es gibt auch schwarzes Salz. Und durch diesen Glaskörper sieht das nachher richtig, wenn man das schichtet, ganz toll aus. Oder eben in dem anderen Salz eingefüllt und mit, meinetwegen, Grillkräutern oder solchen Sachen. Das gibt ja schöne getrocknete Kräuter. Oder nur Petersilie gemischt. Und das dann durch die Mühle zerstreuen. Das gibt ein total schönes Bild und auch ein sehr leckeres Aroma. Ich finde die jedenfalls super schön. Und ich weiß jetzt gar nicht, was die kosten. Aha, okay. Wir sind da bei 27 Euro. Es würde sein 9 Euro pro Mühle. Und ich denke mal, das ist eigentlich ein nahezu typischer Preis. Das ist auch völlig in Ordnung. Für die Qualität und Größe, muss ich sagen, ist das absolut akzeptabel. Überlegt euch, dass die Grill-Saison kommt und ihr habt dann so tollen Teile auf dem Tisch zu stehen. Das sieht so schön aus. Also ich würde das sehr, sehr empfehlen. Und ja, eure Entscheidung. Also gut, das war es jetzt wieder von mir. Und nun wünsche ich euch noch einen richtig schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Tschüss.